Die britische Monarchie ist die konstitutionelle Monarchie des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Gegenwärtige Monarchin ist seit dem 6. Februar 1952 Königin Elisabeth II. Sie und ihre engeren Familienangehörigen nehmen verschiedene offizielle, zeremonielle und repräsentative Funktionen wahr. Die Königin besitzt zwar theoretisch die Befugnisse eines konstitutionellen Monarchin, übt ihre Hoheitsrechte aber aufgrund eines jahrhundertealten Gewohnheitsrechts nicht mehr selbstständig aus, sondern ausschließlich gemäß den Vorgaben von Parlament und Regierung. Aus diesem Grund ist sie de facto ein parlamentarischer Monarch. Auch die Existenz der Kronbesitztümer Eilhoffmann und Kanalinsen ändert nichts an diesem Status, weil diese rechtlich kein Teil des Vereinigten Königreichs sind. Um das Jahr 1000 hatten sich die Königreiche England und Schottland aus mehreren kleinen frühmittelalterlichen Königreichen entwickelt. Die Herrschaft der Angelsachsen endete 1066 während der normannischen Eroberung Englands. Im 13. Jahrhundert absorbierte England das Fürstentum Wales und mit der Magna Carta begann der Prozess der schrittweisen Entmachtung des Monarchen. 1603 bestieg der schottische König James VI. als James I. den englischen Thron, wodurch beide Königreiche in Personalunion regiert wurden. Von 1649 bis 1660 gab es mit dem Commonwealth of England eine kurze republikanische Phase. Der 1701 beschlossene Act of Settlement, der heute noch in Kraft ist, schloss Katholiken oder mit Katholiken verheiratete Personen von der Thronfolge aus. 1707 schlossen sich England und Schottland zum Königreich Großbritannien zusammen. Durch den Zusammenschluss mit dem Königreich Irland entstand 1801 Dekasekunden vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland. Der britische Monarch war nominelles Oberhaupt des Britischen Weltreichs, das zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung ein Viertel der Erdoberfläche umfasste. 1922 spaltete sich der irische Freistaat ab, in welchem der Monarch bis 1949 Staatsoberhaupt blieb. Mit dem Ende des Britischen Weltreichs nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm der britische Monarch den zeremoniellen Titel des Oberhauptes des Commonwealth of Nations. Einer losen Verbindung des Vereinigten Königreichs und der ehemaligen Kolonien. 15 unabhängige Staaten, die sogenannten Commonwealth realms, teilen sich weiterhin dasselbe Staatsoberhaupt mit dem Vereinigten Königreich. Jeder dieser Staaten bildet aber ein rechtlich eigenständiges Königreich. Das Amt und seine Bedeutung. Der Monarch besitzt einen hohen symbolischen Stellenwert und ist gemäß der ungeschriebenen britischen Verfassung das Staatsoberhaupt. Treueide werden auf ihn und seine rechtmäßigen Nachkommen abgelegt, nicht etwa auf das Parlament oder die Nation. God Save Alec Queen ist die britische Nationalhymne. Darüber hinaus erscheint das Porträt des Monarchen auf Briefmarken, Münzen und Banknoten. Obwohl die Machtbefugnisse des Monarchen in der Theorie umfangreich sind, sind sie in der Praxis durch Gesetze, Gewohnheitsrechte und Präzedenzfälle stark eingeschränkt. Er übt die Hoheitsrechte fast ausschließlich gemäß dem Rat des Premierministers oder anderer Minister aus. Somit sind Staatsakte im Namen der Krone, selbst wenn sie vom Monarchen persönlich vorgenommen werden, abhängig von Entscheidungen, die von anderen getroffen wurden. Dies trifft auf legislative, exekutive und judikative Handlungen gleichermaßen zu. Die konstitutionellen Befugnisse des Monarchen sind seit dem 19. Jahrhundert zum größten Teil auf unparteiische Funktionen wie Errungen beschränkt. Der Verfassungstheoretiker Walter Bitschhaut bezeichnete 1867 in seinem Werk The English Constitution die Monarchie als den würdevollen Teil des Staates, die Regierung und das Parlament hingegen als den arbeitenden Teil. Ob und in welchem Umfang der Monarch in außergewöhnlichen Umständen seine Herrschaftsrechte tatsächlich ausüben kann oder soll ist umstritten. Jegliche nicht abgesprochene Handlung dieser Art hat das Potenzial eine Verfassungskrise auszulösen. Wann immer nötig ist der Monarch verantwortlich für die Ernennung eines neuen Premierministers und sämtliche anderen Minister. Letzteres geschieht auf Vorschlag des Premierministers, der somit die Regierung kontrolliert. In Übereinstimmung mit ungeschriebenem Gewohnheitsrecht mit Verfassungskarakter muss der Monarch diejenige Person ernennen, welche über die Unterstützung des Hausaufkommens verfügt, üblicherweise den führenden Politiker der Mehrheitspartei. Der Premierminister übernimmt sein Amt im Rahmen einer Privathaudienz beim Monarchen. Dieser Vorgang wird auch als Kissing Hands bezeichnet. Erreicht keine Partei die absolute Mehrheit, was beim britischen Mehrheitswahlrecht selten vorkommt, bilden zwei oder mehr Parteien eine Koalition, die sich dann auf einen Kandidaten für das Amt des Premierministers einigen. Kommt keine Einigung zustande, erhöhen sich theoretisch die Auswahlmöglichkeiten für den Monarchen. Dennoch ist es üblich einen Angehörigen der größten Partei auszuwählen. Der Monarch kann theoretisch den Premierminister entlassen, doch in der Praxis Ende dessen Amtszeit nur durch Wahlniederlage, Verlust der Mehrheit im Parlament, Rücktritt oder Tod. Hoheitsrechte Die exekutive Macht der Krone wird mit dem Sammelbegriff Royal Prerogative umschrieben. Aufgrund der zahlreichen Einschränkungen übt der Monarch seine Hoheitsrechte ausschließlich auf Anraten von Ministern aus, die dem Parlament gegenüber verantwortlich sind. In den meisten Fällen ist er es der Premierminister oder der Privy Council, wobei letzterer heute vom Kabinett kontrolliert wird. Der Monarch trifft sich wöchentlich zu Sitzungen mit dem Premierminister. Es steht ihm zu, seine Meinung zu äußern, muss aber letztlich die Entscheidungen des Premierministers und des Kabinetts akzeptieren. Ob schon die Hoheitsrechte weitreichend sind und für deren Ausübung die Zustimmung des Parlaments nicht erforderlich ist, sind sie dennoch begrenzt. Zahlreiche Hoheitsrechte werden nicht mehr angewendet, sind faktisch auf den Premierminister übergegangen oder wurden dauerhaft an das Parlament übertragen. Beispielsweise ist er es dem Monarchen nicht gestattet, neue Steuern zu erheben und einzutreiben. Eine solche Aktion benötigt zwingend die Genehmigung des Parlaments. Gemäß einem parlamentarischen Bericht aus dem Jahr 2002 kann die Krone keine neuen Hoheitsrechte einführen und das Parlament kann durch Beschluss eines Gesetzes jegliche Hoheitsrechte aufheben. Es ist das Hoheitsrecht des Monarchen, das Parlament einzuberufen, zu vertagen und aufzulösen. Jede Parlamentssession beginnt mit der Einberufung durch den Monarchen. Es folgt die Parlamentseröffnung, bei der er im Saal des House of Lords die Thronrede hält und dabei die Legislaturziele der Regierung bekannt gibt. Die Vertagung geschieht üblicherweise ein Jahr nach Beginn der Session und beendet diese Formel. Auf die Auflösung, die eine Legislaturperiode beendet, folgen Wahlen für alle Sitze des Unterhauses. Der Zeitpunkt der Auflösung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. So darf eine Legislaturperiode nicht länger als fünf Jahre dauern. Gemäß dem Parlament Act von 1911 erfolgt die Auflösung in diesem Falle automatisch. In der Regel ist es aber so, dass der Premierminister jenen Moment wählt, der für seine Partei die günstigsten Aussichten verspricht. Gemäß den 1950 aufgestellten Lascelles Prinzipien kann der Monarch theoretisch die Parlamentsauflösung verweigern, doch die Voraussetzungen, unter denen eine solche Aktion gerechtfertigt wäre, sind unklar. Bevor ein durch beide Parlamentskammern verabschiedetes Gesetz in Kraft treten kann, ist die formelle Zustimmung des Monarchen erforderlich. Theoretisch kann der Monarch seine Zustimmung geben oder verweigern, doch ist letzteres seit 1707 nicht mehr geschehen, als Königin Anne ein Gesetz über Birkerwehren in Schottland zurückwies. Zu den Regionalregierungen von Schottland, Wales und Nordirland besteht eine ähnliche Beziehung. Der Monarch ernennt den ersten Minister Schottlands gemäß der Nomination durch das schottische Parlament und den ersten Minister von Wales gemäß der Nomination durch die Nationalversammlung für Wales. In Angelegenheiten, die Schottland betreffen, handelt er auf Anraten der schottischen Regierung. Da die Autonomie in Wales weniger weitreichend ist, handelt der Monarch in walisischen Angelegenheiten auf Anraten des Premierministers und des Kabinetts des Vereinigten Königreichs. Der Monarch kann gegen jedes von der Northern Ireland Assembly beschlossene Gesetz das Veto einlegen, wenn der Nordirland-Minister es für verfassungswidrig hält. Theoretisch kann der Monarch die Staatsverwaltung regeln, Reisepässe ausstellen, Krieg erklären, Frieden schließen, Truppen anführen sowie Abkommen. Allianzen und internationale Vereinbarungen aushandeln und ratifizieren. Ein Abkommen darf jedoch keine Auswirkungen auf Gesetze des Vereinigten Königreichs haben. In diesem Falle ist ein Parlamentsbeschluss notwendig. Der Monarch ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, bestehend aus British Army, Royal Navy und Royal Air Force. Er akkreditiert Botschafter und Hochkommissare und empfängt ausländische Diplomaten. Der Monarch wird als Quell der Gerechtigkeit bezeichnet. Er ist bei Gerichtsfällen jedoch nicht persönlich anwesend. Stattdessen werden alle juristischen Tätigkeiten in seinem Namen ausgeführt. Das Kommenloh besagt, dass er kein Unrecht begehen kann und demzufolge im Falle eines Verbrechens nicht in seinem eigenen Namen angeklagt werden kann. Der Crown Precedings Act von 1947 erlaubt Zivilklagen gegen den Monarchen in seiner öffentlichen Funktion. Klagen gegen den Monarchen als Privatperson hingegen können vor Gericht nicht erhoben werden. Der Monarch übt auch das Hoheitsrecht der Barmherzigkeit aus und kann Begnadigungen aussprechen oder Urteile reduzieren. Als Quell der Irre vergibt der Monarch auch alle Irren und Würden des Vereinigten Königreichs. Die Krone erschafft sämtliche Adelstitel, ernennt alle Mitglieder von Ritterorden, gewährt alle Ritterwürden und andere Irrungen. Zwar werden Adelstitel und sonstige Irrungen gemäß dem Rat des Premierministers verliehen, doch gelten einige Irrungen als persönliches Geschenk des Monarchen. Mit dem großen Reichssiegel werden wichtige offizielle Dokumente beglaubigt, darunter Adelspatente, Proklamationen und Erlasse zur Durchführung von Neuwahlen. Das große Reichssiegel befindet sich in der Obhut des Lord Kanzlers. Für Angelegenheiten, die lediglich Schottland oder Nordirland betreffen, werden das große Siegel Schottlands bzw. das große Siegel Nordirlands verwendet. Rolle im Commonwealth der britische Monarch ist nicht nur der Monarch des Vereinigten Königreichs, sondern auch von 15 weiteren Commonwealth Realms. Obwohl seine verfassungsgemäßen Rechte in jedem dieser Länder praktisch identisch mit jenen im Vereinigten Königreich sind, nimmt er dort keine politischen oder zeremoniellen Aufgaben als Staatsoberhaupt wahr. Stattdessen vertritt ihn ein Generalgouverneur. In jedem Land handelt der Generalgouverneur ausschließlich gemäß dem Rat des jeweiligen Premierministers und Kabinetts. Folglich übt auch die Regierung des britischen Königreichs keinerlei Einfluss auf die Politik von Commonwealth Realms aus. Gegenwärtige Commonwealth Realms sind neben dem Vereinigten Königreich folgende Länder. Antigua und Barbuda Australien Bahamas Barbados Belize Grenada Jamaika Kanada Neuseeland Papua Neuginia Salomonen Sankt Lucia Sankt Kitz und Nes Sankt Vincent und die Grenadinen sowie Tuvalu Einst war jeder Mitgliedstaat des Commonwealth of Nations auch ein Commonwealth Realms. Als jedoch Indien 1950 die Republik als Staatsform wählte, blieb das Land trotzdem Mitglied des Commonwealth. Obwohl der britische Monarch nicht mehr das Staatsoberhaupt ist, seither gilt er in allen Mitgliedstaaten als Oberhaupt des Commonwealth, sei er nun Staatsoberhaupt oder nicht. Diese Position ist rein zeremonieller Natur und beinhaltet keinerlei politische Macht. Dem britischen Monarchen unterstehen direkt die Kronbesitzungen die nicht Teil des Vereinigten Königreichs sind. Auf den Kanalinsen trägt er den Titel Duke of Normandy und wird in den Voktaien Gorsi und Jersey durch je einen Vize-Gouverneur vertreten. Auf der Isle of Man trägt er den Titel Lord of Man, die Vertretung übernimmt dort ebenfalls ein Vize-Gouverneur. Der britische Monarch ist das Oberhaupt der Church of England, der offiziellen Staatskirche Englands. Als solcher besitzt er das Recht zur Ernennung von Erzbischöfen und Bischöfen auf Anraten des Premierministers, der aus einer Namensliste auswählt, die vom Nominationskomitee der Kirche zusammengestellt wird. Die Rolle des Monarchen beschränkt sich auf diejenige des Kirchenpatrons. Der ranghöchste Kleriker, der Erzbischof von Canterbury, ist das spirituelle Oberhaupt der Church of England und allen weiteren anglikanischen Kirchen. In der Church of Scotland ist der Monarch ein gewöhnliches Mitglied. Er besitzt allerdings das Recht den Lord Hochkommissar der Generalversammlung zu ernennen. In der Church in Wales und in der Church of Ireland hat der Monarch keine formelle Rolle, da beide keine anerkannten Staatskirchen sind.